Was geht Jungs, heute wollte ich mit euch ein bisschen über die Zukunft meines Kanals reden. Wie ihr schon mitbekommen habt, ist das letzte Video ein Monat her schon, glaube ich. Und es liegt einfach daran, dass ich nicht wusste, was ich halt eigentlich machen soll jetzt. Ich konnte bis vorgestern noch nicht streamen, weil mein Internet scheiße war. Jetzt kein Stream, habe auch vorgestern das erste Mal wieder mit guter Qualität auf Twitch gestreamt. Also sieht es so aus, ich bin ein Gaming-Kanal und der Spielemarkt ist jetzt so ziemlich tot. Klar, es gibt jetzt Final Fantasy, aber ich war World of Warcraft, Streamer auch, YouTuber ein bisschen. Und World of Warcraft ist jetzt einfach tot durch Blizzard und den Skandal von letztens. Aber das wird, hoffe ich, bald wieder gefixt, weil ich mag World of Warcraft eigentlich. Aber seitdem ich gehört habe, dass gar nicht an World of Warcraft gearbeitet wird, habe ich mein Abo auch gecancelt. Vielleicht wird es bald besser mit den Fresh Classic Dreams. Aber bis dahin habe ich mir jetzt überlegt, haue ich auf meinem Main-Kanal ein paar Real-Talk-Videos raus. Ich streame jetzt auch auf Twitch und jetzt werden auf meinem Main-Kanal auch Stream-Highlights kommen von Final Fantasy, GTA, ARP und Balcom New World raus. Das wird geil. Da werden wir richtig reingranden. Also checkt auf jeden Fall meinen Twitch ab, twitch.tv.radestogame, falls ihr da nichts verpassen wollt. Ansonsten kommt eh vieles hier auf meinem Main-Kanal hoch. Und ja, das ist aber noch nicht die große Ankündigung, denn ich habe jetzt einen Zweitkanal. Ich habe ihn euch jetzt so zehnmal in der Beschreibung verlinkt, glaube ich, bei dem Video. Und da könnt ihr vielleicht schon denken, ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, es geht da um Lego. Ja, ich werde da Lego Reviewen. Vielleicht werde ich auch in den Streams ein bisschen Lego aufbauen, weiß ich noch nicht. Aber da werden auf jeden Fall Lego Reviews kommen und darauf habe ich gerade richtig Bock und das wurde auch gemacht. Vielleicht kommt heute schon das erst der Lego Review hoch, vielleicht auch erst morgen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass heute noch auf meinem Main-Challend, vielleicht heute Abend, vielleicht auch morgen, weiß ich es nicht. Ich bin halt faul. Ein Stream-Highlight kommt, wo ich auf ein paar Sachen reakte und ein bisschen Final Fantasy zocke. Und ja, das war eigentlich alles schon, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall werdet ihr in nächster Zeit jetzt mehr von mir hören. Noch einen schönen Tag, Jungs und Peace.